Billfinger Wir stehen für 3D-Anlagenplanung mit innovativen Techniken. Das sich auf den Bedarf der Kunden einstellt. Ein sehr dynamisches, meiner Meinung nach sehr junges Team. Ein flexibler Partner für alle Kunden. Und sind auch stolz, dass wir ziemlich breit aufgestellt sind und alle Disziplinen abdecken können. Wir versuchen Lösungen zu finden. Wir sind das Rundum-Sorglos-Paket für unsere Kunden. Also ich erinnere mich noch sehr gut, wie man durch die Anlage läuft mit Papier und Stift, mit einem Zollstock. Man hatte viele Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, lange Anmeldeprozesse. Heute stellt man da mal kurz einen Laserscanner hin, der macht seinen Scan. Und dann sitzt man sauber am Rechner und arbeitet dran. Die 3D-Anlagenplanung macht den Planungsstand, egal wo sie sich momentan befinden, begreifbar. Wir können durchlaufen, wir können Personen reinstellen. Es gibt ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Sicherheit für die Anlagenplanung. Denn da wird alles verständlicher. Die Prozesse, der Ablauf der Anlage. Und das ist schon essentiell. Die Kunden sind wirklich begeistert und können mit uns gemeinsam dann wirklich die Weichen für die Anlage stellen. Wir sind flexibel und wir reagieren schnell. Wir haben total schnelle Entscheidungswege hier. Wir können dem Kunden mehrere Tools in der 3D-Planung anbieten, weil wir alle Tools beherrschen. Wir sind dazu bereit, neue Wege zu gehen, Dinge zu entwickeln. Open Mind nennt man das, glaube ich. Also man muss sich wirklich den Neuerungen nicht nur stellen, sondern auch die einfach mal aufnehmen und sagen, ja, das setzen wir jetzt um. Und designen genau die Software, die er braucht, um seine Planung durchführen zu können. Wir bieten neue Impulse für den Kunden. Wir wollen zu den führenden Engineering-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland gehören.